Hey liebe Studis, herzlich willkommen zur dritten Folge von What The Fuck Is Happening. Wie bereits in der letzten Folge werden Matteo und ich euch auch heute wieder von den neuesten Terminen rund um die Uni in Göppingen berichten. Kommen wir zu den nächsten Terminen rund um die Hochschule. Genau, ihr habt Bock auf Startup-Vibes und Live-Musik? Dann müsst ihr am 17. Mai im Chormain Esslingen dabei sein. Die Abteilung Gründes veranstaltet ab 18 Uhr die Startup-Beats mit Musik von Kilian Mohns und dem Deutschpop-Künstler Bengt. Tickets könnt ihr unter dem Link in der Infobox für 6 Euro erwerben. Am 24. Mai findet die zwölfte Auflage des Göppinger Gründergrills um 18.30 Uhr in der IHK Göppingen statt. Das Gründergrill in Göppingen bringt Startups, Interessierte und Unterstützer zusammen und bietet eine Plattform zum Austausch. Bei dem Event haben alle die Möglichkeit mit einem Pitch auf ihr Projekt oder ihre Idee aufmerksam zu machen. Im Anschluss geht es bei Grillgut und Kaltgetränken darum, Ideen auszutauschen und zu netzwerken. Ein Studiensemester im Ausland war schon immer euer Traum, aber ihr wollt nicht auf einen anderen Kontinent? Dann dürft ihr die Infoveranstaltung am 25. Mai von 13 Uhr bis 13.30 Uhr über Webex nicht verpassen. Denn dort informiert euch das International Office über Themen wie passende Partnerhochschulen, wo es noch freie Plätze gibt oder wie hoch ein Erasmus-Stipendium ist. Mehr Infos und den Link zum Webex findet ihr wie immer in der Infobox verlinkt. Vom 29. Mai bis zum 2. Juni ist an der Hochschule vorlesungsfreie Zeit. Nutzt die Tage, um euch zu erholen, bevor es dann zur Prüfungsvorbereitung geht. Wir sind mega stolz darauf, euch mitteilen zu können, dass die Hochschule Essingen im aktuellen CHE-Ranking in vier Fächern zu den bundesweiten Spitzenreitern gehört. Dazu zählen die Studiengänge Wirtschaftsinformatik, Betriebswirtschaftslehre und soziale Arbeit, sowie der Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen am Campus Göppingen. So, kommen wir noch zu den News rund um Göppingen. Vom 23. Mai bis zum 25. Mai findet an der Messe Stuttgart The Battery Show Europe statt, die sich mit den neuesten Innovationen für Batterie- und Elektrofahrzeugtechnologie auseinandersetzt. Das war es schon mit der dritten Folge von What the Fuck is Happening. Lasst uns gerne ein Like da und erzählt uns in den Kommentaren, wovon wir euch mehr berichten sollen und schaltet wieder ein, wenn es heißt What the Fuck is Happening. Das war es schon mit der dritten Folge von What the Fuck is Happening.